ja und an der stelle herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge der evil wir holen uns die ratte und soft jetzt ja 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 oh holy man merkt die mag ich frage mich ob hier irgendwo benzine ist ich habe die nämlich letztens auch nur mit benzin besiegen können so ich habe das ganze vergessen war also bei aller liebe ich weiß nicht wie ich sie wegbekommen soll schockbolzen hätte ich zwei stück aber ich kann keine nägel mehr herstellen also ich habe keine nägel mehr ich könnte es mit dem schock versuchen was was wer hat die eigentlich alles ab diese scheiße jetzt hier ne was ist das was ich kann ja halt nix doch hier doch hier scheiße man ich brauche nägel setz drück junge drück wo ist die ist die tot ne ich wollte die schon immer mal flambieren ist sie doof hey ratte ich bin hier gützte oder muss ich die ersten ständchen singen und da Scheiße. Ja, 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 ja! Alter, du Ratte! Alter, ich weiß nicht, wie ich die kaputt bekommen soll, ne? Ich hab keine, ich hab keine Dingens mehr, keine, keine Schussfolge mehr halt, ne? Also, kein, kein Gas, also kein Benzin, nichts. Danke. Danke. Dankeschön für das tolle Gespräch. Ich kann mal hier drüben gucken, nochmal. Ähm, hallo? Danke. Auch nichts. Scheiße, ey. Es gibt halt nicht wirklich Sprengköpfe oder so, ne? Oh, ne, ne? Da ist jemand in Schwierigkeit. Ja, mag sein. Oh, nein. Oh, nein. Fertig. Oh, nein. Ach, nein. Oh, nein. Okay. Oh, nein. Diese Alte, ne? Die verfolgt mich. scheiße sagt dass er doch nicht komm sergeant mach hin bin schon dabei ich kann meine waffe nicht wechseln und da war es kommt her kommt her kommt her ok ok nicht gedacht dass jemand kommt sie sind aus dem suchte wie sind sie hergekommen ich hab was gesucht was genau wäre das jetzt gefährlich in meinem unterschlupf reden wir nach ihm ich sammle erst mal die brühe ein bei aller liebe aber ich sehe nicht ein hier meinen arsch riskiert zu haben meine muni rein zu geballert zu haben und dann wo ist er so dankeschön dankeschön ich weiß wo der unterschlupf ist hier drin ja hier lang wir kommen hier nicht rein danke nochmal für ihre hilfe mein name ist sykes sebastian castellanos castellanos hä hab von ihnen gehört sie haben biegen überlebt richtig woher wissen sie das ich bin stem programmierer kann aber auch noch andere sachen wie informationssystem hacken ich weiß dinge die sonst niemand weiß nicht mal andere mitglieder des teams dann wissen sie wer lily ist ja wir alle versuchen sie zu finden hatten aber noch kein glück deswegen sind sie hier genau aber wenn sie mir dabei nicht helfen können gibt es nichts mehr zu besprechen viel glück hey moment wir könnten uns trotzdem gegenseitig helfen dann mal raus damit kommen sie es gibt eine menge sachen die sie wahrscheinlich gut gebrauchen könnten die können sie haben als dank für vorhin kommen sie wieder wenn sie meinen vorschlag hören wollen ja auf jeden fall erstmal kaffee trinken wir sind sehr sehr schwer verwundet ja mann jetzt bin ich wieder voll dabei und ähm jetzt mal nur so nebenbei Sachen die ich gut gebrauchen kann ok ich nehme alles zurück danke 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 schön boah geil alter boah ich werd hier gerade richtig verwöhnt ey komm ich speichere mal ganz kurz tut mir leid leute und dann würde ich sagen in der nächsten folge jagen wir endlich dieses drecks wie in die luft was haltet ihr davon dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder und an der stelle sage ich ganz einfach mal vielen vielen dank für zuschauen bis zur nächsten folge tschau tschau tschau